Nach all den Anfragen, ob ich noch ein bisschen weiter zocken kann, habe ich beschlossen, das Spiel einfach durchzuzocken. Hier sehen wir, es sind noch einigen Missionen übrig. Ich fange jetzt an bei die Beta. Wer die anderen beiden Missionen hier sehen will, das ist nichts besonderes, nur ein Tutorial. Wer die anderen beiden Missionen sehen will, muss ich einfach nochmal bei Let's Play Indie reingucken. Ich mache jetzt hier die Beta. Vom Tor zum Spalt ist es für die Orks nur ein kurzer Weg. Diese Säuregruben könnten nützlich sein. Säuregruben, so, so. Schauen wir uns mal die Karte an. Hier kommen sie also lang. Hier kann ich sie noch reinwerfen. Also bräuchte ich irgendeine Ecke, wo ich sie richtig gut ausbremsen kann. Zaubertechnisch nehmen wir das. Moment, nee, zurück. Das, 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 das. Und das mit. So, wie mache ich das am besten? Also hier könnte ich sie nochmal ausbremsen. Sie müssen hier rum. Gehen hier lang. Warte, Moment. Ich habe jetzt eine Idee. Verkaufen nochmal. Das wird klasse. Gestellt und erledigt. Ich dekoriere ein wenig um. So, da baue ich hier weiter Öl und baue hier auch vorne. Mal gucken. Hoffentlich kriegen wir es hin. Hoffentlich kriegen wir es hin. Oh, ganz knapp. So, jetzt kommt ihr meine Fallen, Freunde. Lasst euch einfach abschlachten, Freunde. Na, 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 na. Und es hat Bung gemacht. So, das waren alle. Den Drang hebe ich mir besser noch auf. Ich brauche mir zum Ausbremsen. Das wird klasse. Nicht schlagen. Ich bin ein Mädchen. Kommt schon. Alle schön zusammen zum Gruppenkuscheln. Wow. Jetzt hier so schön an der Ecke alle abfangen. Mal langsam. Und weg sind sie. Schnell was bauen, schnell was bauen. Ich wünsche nicht, ich hätte irgend so was, wo das... Oh, das wird lustig. ... alles ein bisschen preiswerter macht. Das wäre mal eine tolle Eigenschaft. Boom. Aus dem Wehrwut der Seiner! Oh, jetzt! Oh, nur die Weh! Hink mir noch mein Geld! Los jetzt! Die Stimmen! Du uns hier weh! Boom! Aus dem Wehwut der Seiner! Hink, zu dem Wehwut! Oh, super! Stimmen! Aus dem Wehwut der Seiner! hinkommen, muss ich halt gucken. Kommt schon. Hui. Okay, hier bin ich echt gut in der Verteidigungsposition. Wie man gesehen hat. Zwischendurch kann ich nicht immer so viel reden, weil ich einfach zu sehr in Konzentration bin. Das letzte, was du je sehen wirst. So. Hoffen wir mal, dass es reicht. Geheilt sind wir auch. Hier müsste eigentlich was sein. Naja, okay, befreien wir mal die Horde. Oh, der war schön. Der war sehr schön. Kommt schon. Geht einfach drauf, Leute. Die große Fläche zu bauen ist wahrscheinlich eh keine gute Idee. Also am besten immer so Engpässe suchen. Weil sonst kann man die nicht schön bündeln. Und dann verteilen die sich einfach zu gut, finde ich. So kann man die schön alle nacheinander abschlachten. Das klingt doch echt gut. So. Ein kleines Geschenk für dich. Und für dich auch. Das wird kein bisschen wehtun. Oh. Bogenschützen. Boah, das sind viele. Oh Gott, das sind viel zu viele. Oh. Das war echt eine toughe Welle. Und ich habe gar nichts zur Heilung. Super. Gibt es denn keinen Heilsauber? Wahrscheinlich nicht. Mann, 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 Mann. Das wird haarig. Ich habe keine Ahnung, wie ich das angehen soll. Ich treibe die jetzt erst mal hier so ein bisschen zurück. Niemand kommt durch meine Todeswand. Oh, der war auch geil. Das war lustig. So. Die Bäder sind geschafft. War gar nicht so einfach. Aber mit vollem Leben, wie man hier oben sieht. Trotzdem haben wir nicht alle Schädel. Na, keine Ahnung warum. Wir sehen uns in der nächsten Mission. Bis zum nächsten Mal.